Naja, dann können wir gleich deinen MP abholen, äh, dein Granatwerfer ist das. Stell dir viel schnell jetzt hier mit dem Protessorten weg, 100 digitale Nacht an. Echt ja? Ja. Hier hinter den Dingern ist dein Granat, dort kann ein Launcher am Fenster. Flügel, hat's gemacht. Müll. Müll. Müssen wir jetzt die Polizeistationen. Jetzt stachelt die Treppen alles. Oha. Ekelhaft. Willst du noch was bluten? Ja, jetzt nicht. Seidens kann man aber mitnehmen. Seidens gibt was schönes aber. Aber ich glaube wir müssen extra, wir müssen dann immer direkt, weil richtig looten kommst du ja eigentlich nicht. Ich. Ja eben. Da drückt ich halt. Und wir müssen dann extra Loot Rates einlegen oder sowas, wo wir keine Quests machen. Mulher! Ja tut ja nicht. Ich sehe mich auf dem assumed. чтобы er nicht mehr zackert. Da drogen warst du ja nicht mehr. Es war nicht mit dir. Ich habe etwas gekauft. Ich sehe, das hat noch einer ganz hinten. Alter. Genau. Ich habe Granate. Ah. 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 Er zeigt seine Beine nicht mehr. Seine Beine waren ja super stabil, er hat ja Elefantenfüße. Ich habe ein paar Mal drauf schießen müssen. Das Nachladen wieder hat das nicht. Ja, aber das ist halt krass. Musst auch wohl überlegt sein. Ja, ja. Ja, wo ist er? Er ist hier rüber gelatscht. Steht ja hinter dem komischen Werbefink. Wenn ich sah. Wenn ich mir rüber geladen habe. Es war ein alter Wiener. Ja, das war wirklich. Okay. Wir müssen gegen den. Oh ja. Ich muss einfach mal hin. Ja. Ah. Oh, das ist schon so, da ist ja. Oh, ja, ho. Das ist ein Genießer, Junge. Er fahrt sich von. So, nur hier hinten steht das. Dein MG. Das ist mein MG. Die Kinder mit der Knoche schießen sich die Knochen ab. Was war denn das? Ja, war ich auch? Alter, ich dachte, was ist denn jetzt los? Keine Ahnung. Spiel weg. Ja, U6 waren schon noch kaputt. Ich vermute dich auch. Ich werde gleich hier rüber springen. Jürgenwo kann ich denn da. Da drunter geht gut. Immer hier? Immer hier? Nee. Nee. Du hast das in vollen Zügen zu dir genommen. Mhm. Ja. 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 Hier. drie Bärs. Los weg hier. ich kann irgendwie patschen ich weiß es nicht ich spreche noch englisch die idioten also manchmal schreien sie ja was für ein holz ochser kommt hier an junge das ist seine hütte dachten das scheiß haus das feuer öffnen die scheiß färs muss man umbringen dann kommt sonst ja nicht raus leichtsinnig schnell was essen so viel zeit muss sein so jetzt bin ich ja bereit hast du eine tür da wollen sie anzeigen Ha, kann ich schon weit. Oder ist der Boyer Kein? Oh nein. Tut Diki! Das ist easy nicht. Da steht er doch. Stehen, warte. Hier ist irgendwo ein scheiß Gap. Jaja, den hab ich gesehen. In der Schindel. So, wir jetzt haften ihn ab. Oh, sie sind weiter hier links, ja? Warte. Haben wir in die Kanade rein? Sie haben sich gar nicht beschwert. Nö. Keine Ahnung. Auf diesem bunten Gewirr siehst du auch nichts, Alter. Vieles. Ich hab ihn nicht gesehen. Hast du? Nö, ich hab gar nichts getroffen. Los, lass uns schnell rüber. Komm, da. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Das ist doch mein Kind. Ich würde ihn gerne looten. Ich bin ein. Aber wobei geht Geld einsteck ich mir noch für das Taxi. Oh. Macht Angst. Wer ist das? Die drei Teufelsladen. Ja, ich hab schon wieder Geld mitgenommen. Ich hab ihn am meisten gefangen. Ich hab ihn zwar gefragt. Was war er noch? Mann. 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 Da? Wer ist das? Ich seh es nicht. Ah, ich bin so schlecht Artist. Ich komm zurück. Wir müssen drüber. Vielleicht hat er uns hier nicht auf dem Schirm. Hört sich nicht so an. Wer bist du? Achtung! Endlich! So, hier rein. Was ist das denn? Wissenschaftskonzept? Da hinten, an dem eingestürzten, nehmt ihr den Schlüssel mit dem Brauchsempferbild vollgeklässt. Ja, zack. So. Nachstecken, nicht vergessen. Mhm. Geht aber schon, in der Samstagsmunition geht schon langsam zur Neige hier. Boah, das Klippenhalber. Ich denke, ich bin mit der Hauser und das Klippenhalber. Ich geh schon kurz auf. Danke, gut. Merchwein. Das ist der nächste Experte, den darfst du nicht kümmern. Ja, aber nicht, dass du noch da gehst. Nee, musst du nicht hin. Ja. So, jetzt sind wir noch gut vorangekommen. Wir müssen bloß noch hin zum Zelt. Ah, nee, wir müssen ja eigentlich mit dem Auto raus. Wir müssen zum Zelt und wieder hierher. Naja, los, schnell. So, hier soll ich nicht erwarschen. Da hast du schon noch die anderen Leichen. Ja. Ja. Okay. Okay. Was ist denn? Hm. Willst du noch ein Zelt oder willst du jetzt schon lieber raus fahren? Hm, ich will noch raus, wenn du willst. Ist das erste Mal eine Menge, was wir geschafft haben schon mal. So, warte, ich stecke dir mal hier Kohle in den seinen Rucksack hier. Ja. Dann nur eine Leihgabe. Ja, auf der Hals. Wie denn dann? Bitte. Da hat ja noch eine Packer auf, weil du es möchtest. Na ja, wenn man hier rumliegt, ne? Ja, und sehr gut. Ja, und sehr gut. Ja, und sehr gut. Ah. Oh, was? Oh, was? Oh, was? Ich sehe, ne? Ich habe keinen Verworte im Rücken. Ich schleiche das raus, wenn ich etwas krass geschehen habe. Da fangen wir zum Auto. Ich dachte, die kommt von hinten. Ja, 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 da seid ihr. Ja, den Einbär. Ja, den Einbär. Ja, den Einbär.